Die Software wird direkt in Ihre Webseite integriert dank einer Karriereseite mit dem gleichen Layout, den gleichen Farben und ganz allgemein mit der gleichen Grafik. Die Karriereseite besteht aus drei verschiedenen Seiten. Die Stellen ergeboten, wo die Kandidaten alle irreaktiven Stellen sehen und sich bewerben können. Das Bewerbungsformular, wo die Kandidaten ihre spontanen Bewerbung einreichen können und das Login, wo alle die verschiedenen Benutzer sich im System mit ihren persönlichen Zugangsdaten einloggen können. Darüber hinaus ist die Karriereseite mit einer SAP-Domain indexiert, welche die Kunden frei wählen können und die Benutzerfahrung des Kandidaten verbessert.